gestorben und wir sind nicht weit gekommen hier sind noch dann Sachen wollen dann kann die eine zu gehen ja auch das können wir nicht ich glaube es ist vor allem und das ist noch ein Lager verdammt krimp also ich werde gebeten ich glaube ich habe noch nie zu tun nicht so in etwa klar an die Sinti-Gammer gestorben er ist ein ganzes Glück mit der wir haben eine große Höhle und sind umziehen mit worden hier also die zweite Hälfte ist noch ab aber ich wollte es machen gehen bis dahin wo ich bin so gut, ey! Bam! Ne, ihr seid da lang gelaufen, oder? Ne, wir sind hier. Doch, da seid ihr. Geh mal Kontrolle abbauen. Super Kohle. Um Lava kümmere ich mich. Also Lava ist echt gefährlich. Also ich hab noch ein Bug-Hit. So. War, den nehm ich mal, ne? Das ist ja auch genug Karten, ne? Obsidian hat keiner, ne? Doch, das stimmt. Ja, lustig, jetzt kann ich keins. Nein, hab ich nicht. War nur so. Oh. Alter, warum ist hier die ganze Zeit Lava? Ich bin in Lava falsch. Ja, ich bin da auch. Alter, war das knapp. Alter. Ich lösche sie. Alter, schweig. Eigentlich will ich noch einmal mitnehmen. Oli. Ja, Oli. Ich muss unbedingt mit Wasser. Ja, ich hab einmal Lava. Boah. Alter, war das knapp. So, meinst du ein, hier? Moment, so. Ist grad nicht so einfach Wasser zu platzieren. Ja, warte ich. Platz. Ich traue nochmal. Bei der Lava. Ich mach die Lava mal weg. War das knapp, ey? Ja, das war bei mir auch ganz schön. Äh, hier ist Gold, hier ist Gold, hier ist Gold, Leute. Warte, ich muss kurz den Boden sichern. Warte, ich muss kurz den Boden sichern. Warte, ich muss kurz den Boden sichern. Warte, du bist fertig. Hier ist ne Schlucht. Ich hab Gold, ich hab richtig viel Gold gefunden. Ja, ich hier ist auch Gold bei mir. Ja, ich bin bei Stefan. Weep up! Weep up! Weep up, hau ab! Ja, ich hab' mein Traum rein, ich hab' das nicht. Es kommt ein kleiner Zomm wie ein Juni. Alter, ich hab' mit Somm, so. Alter, konnte ich mal abbauen. 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 Alter, das ist ganz schön gefährlich hier. Oh, wow! Oh, ich bin lustig. Alter, ich hab' ganz schön viel Gold. Alter, Alter, ist scheiße. Alter, ist scheiße. Seid ihr beide da unten? Ja. Der ist fast gestorben. Okay. Ich hab' das, was da oben ist, glaube ich. Ich hab' das sicheren Weg. Ich hab' das, was da oben ist, gehört mir. Ja, ich sammle das Bus ein, für dich. Und dann geb ich's dir. Hä, genau, ey. Nee, ich geb' es dir. Oh Mann, das hat mich erfahren. Ja, heil, ich bin nicht da oben. Hab' da extra für den Typ, Alter, ich hab da extra für den Creeper getötet. Boah, ein ganzer Creeper. Ja, und zwei Zombies. Ey, da unten ist Obsidian, würde ich mal kurz sagen. Ja, ich hab' mich runtergefallen. Ja, ich hab' mich runtergefallen. Ja, ich hab' mal hier unten, wie viele Diamanten da sind. Nee, ich kann Kontrollen aufsammeln. Hier ist Redstone gewesen. Oh, das ist, das gefällt mir sehr hier. Hätt' nicht so Diamanten, man kann sich einsammeln. Oh, ich war gerade eben entlauern, das war ganz schön knapp. Creeper, zwei Creeper, zwei Creeper. Ah Gott. Alter. Wer ist? Da muss ich mich noch grad mal umdrehen. Alter, da waren zwei Creeper. Beide weg? Ja. Haben sie beide erfolgreich getötet. Der Pfann. Das war ganz gefährlich. Ja. Ich weiß. Haha. Alter Junge. Aber ich... 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 Ach, der kommt mit deinem Wasserarmer. Alter. So, ich sammle hier mal ein bisschen Redstone ein. Hier ist... Hier könnte ähm... Diamanten sein. Ähm... Tim... Da hinten ist ein Diamant. Ja, das ist meiner, den hab' ich gesehen. Natürlich. Natürlich. Natürlich war das Tims. Also, wenn es anders sieht, ne? Was verstehst du so viel Holz in der Lava? Nein! 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 Ist so schlecht, der Junge. Guck mal, da brennt ein Creeper. Nein! Nein! Ich geh jetzt auf die Tools mit! Ja, alles verbrannt. Alles verbrannt. Ich hab' auf Video, wie du notgeil auf die Lava zuranntest und da war dummerweise ein Stück Lava vor der... Oh, fuck! Oh, ich teleportier dich. Wow! Oh, fuck, Junge! Das macht doch echt keinen Spaß, ey! Ich hatte nur zwei Diamanten, weil der eine Diamant... Meine ganzen Sachen! Das war doch Ast rein, dieses Stück Lava! Oh! Ach du Kacke, Mann! Da waren alle meine Sachen! Oh! Schlecht! Ähm... Also, hier sind auch... Oh, ich hab' jetzt gar nichts mehr! Ich weiß. Das hast du auch verdient. Scheiße! Ich hol' mir doch mal dein Gold, ne? Scheiße! Ich hab' Bock mehr! Ich benutze dich in... Ey, Mann! Was ist das? Ey, Oli, gib mir mal ein bisschen! Hau! Ähm... Warte, du chriss... Du chriss... Du chriss... Du chriss ne Eisenspilzack! Runden kaputtes Eisenspilzack! Runden kaputtes Eisenspilzack! Das sollte reichen! Oh, das ist doch scheiße! Ich hatte alles! Runter da! Runter da! Ähm... Die Diamanten! Das waren drei Diamanten! Aber eines runtergefahren! Ja, ich geb' dir dir ja! Guck mal her! Alter, ich binne! Ich binne! Ich binne! Ich bin hier gleich wieder tot! Was denn? Alter, helf dir! Alter, helf dir! Ich krieg' mal hinter dir! Nicht mehr! Ja, Tim! Hier, deine Diamanten! Tim! Deine Diamanten! Ich weiß, das hab' ich auch! Ich glaube, die sind bei ziemlich gut aufgehoben! Ne, das glaub' ich auch nicht! Tim gibt's nicht mehr wie zu dir! Ich hab sechs Diamanten! Ähm, warte, hier ist... Hier ist... Hier ist... Labislazuli! Gold! Und wer hab' ich denn, Junge? Ich hatte so viel Müll! Äh... Skeletts! Okay, dann muss ich jetzt halt wieder ein neues Eisen fahren, ne? Ja, klar! So ist das Spiel! Obwohl ich genug mit hatte! Hier ist Labislazuli! Richtig, du wirst! Und das war's! Das war's! Stefan, du bist doch echt behindert, ey! Du hast zwei Stacks Eisen verloren, das ist übel! Das ist richtig übel! Oh! Tja! Ähm... Ey, das ist doch echt behindert! Komm, komm mit den Arme abzut, du mal Wasserquelle! Alter, Tobi! Haha! Oh! Weißt du, wie knapp, wie da in der Lava vorbeigeht wurde? Ähm... Alter! Ich hab' euch aus dem Auge verloren, aber ich folge einfach mal dem Kampfgeräusch! Alter! Alter, Mann! Tobi! Direkt elendig! Du fleißer Bongo, ey! Scheiße! Ähm... Die Störer... Die Störer... Ziemlich! Lauf! Wo seid ihr? Ähm... Wir sind da... Oh ja, die hat verloren! Hier sind ihr! Hallo! Okay, ich seh' euch! Boah, fast bei der Narbe gefallen ist! Warte, ich würd' sagen, hier ist noch... Warte, da ist noch irgendwas! Was? Ich hab' so viel verloren! Ich find's eigentlich voll geil! Tim, komm! Tim! Sag mal! Diese scheiße Synchronisationsfehler! Lava klont sich... Wasser verschwindet... Alter! Sie müssen ja auch wohl'n Sieg! Hey! Ich bin in Lava gefallen! Tim! Hahaha! Du kleiner Mongo jetzt! Ihr seid echt genial! Ich teleportier dann mal wieder! Das ist doch scheiße! Scheiße! Alter! Alter! Alter, scheiße! Alter! Ich bin hier noch nicht teleportiert! Ja, wir sterben grade und Tim scheint mich anzugreifen! Alter! Ich bin hier tot! Alter! Ich find das voll witzig! Boah, der teleportiert mich grade noch nicht! Nein! Geht nicht! Ich brauch was zu essen! Ich hab nur noch ein halbes Leben! Nein! 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 Das waren sechs Diamanten! Ich hab doch gesagt, das hat bei ihm nicht gut aufgehoben! Das waren sechs Diamanten! Ja, weißt du wieviel Sachen ich dabei hatte? Ich hatte sechs Diamanten, du kleiner Mongo!